Ich war nicht vorbereitet. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zum Jubiläum. Und zwar... 4 Jahre Videoblogs. 4 Jahre Videoblogs. Wir haben vor 4 Jahren beim Spreewald-Rock damit angefangen. Und wir werden diese Tradition natürlich fortführen. Also herzlich willkommen hier zurück. Festivalsaison 2018. Ihr seid mit am Start. Wir fahren jetzt in Spreewald. Und ihr kommt mit. Hallo und da sind wir schon auf dem Spreewald. Das ging ja rucki zucki. Wir warten noch kurz auf Casey, die kommt noch durch den Fahrstuhl. Zack und da ist er. Wir sind jetzt da und gehen jetzt erstmal gucken, wo unser Merch ist. Ich seh noch nichts. Ich seh noch nichts. Nichts. Wir gehen einfach ein bisschen näher. Dann sehen wir Merch. Und ihr kommt mit. Echt? Nehmen wir die mit? Na gut. Das ist ein Flo. Das ist der Veranstalter hier. Grüß dich. Hallo. Gehts dir auch so gut wie mir? Ja unbedingt. Besser auf jeden Fall. Das Gute ist. Ich hab um 17 Uhr Feierabend. Ja gut. Super. Also super. Ich hoffe, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird. Ich glaub bei den Normen wird es kurz regnen. Wie immer. Wie jedes Jahr. Weiß gehört aber. Na ja. Extra den Regen wieder mitgebracht. Und keine Ponchos. Nein. So seid ihr tatsächlich schon da? Der ist in der faulen Säcke gekommen, der hat heute Mittag irgendwann. Nein. Wir sind jetzt schon da. Seit um 11 Uhr. Auch. Wir machen gerade unsere Pussys wegbringen jetzt. Ja, die nicht bleiben wollen. Wo ist Niklas? Nach Hause. Ist der schon weg? Ernsthaft? Wir haben ihn gerade weggebracht. Könnt ihr ihn mitnehmen? In seine Windeln. Seine Wurzassi schenken. Mal gleich mal hier aufpassen, du. Die haben wir nicht jetzt. Ja. Hey, ist das der heute mit? Ja, weiß ich nicht. Wir haben das Hotelzimmer. Wie ist das denn, ja? Nee. Auch nicht. Das flogen wir hinter jemandem ins Büro. Ich hab doch für euch gebucht. Hallo, ich bin Klibims, ein hier. Einmal ein Macho. Ein Macho. Wie nervös sind Sie heute? Gar nicht so nervös. Wir haben nur dreimal Stuhl heute. Hammer! Ja, halt! Das ist der geilste Moment. Ich hab dir mal rasieren können, du Hippie. Ich hab mir zurückgehebt. Ich hab dir noch mal gefühlt. Ich hab mir davor gemacht. Ja, dann hab ich dich nicht angeln. Ich hab euch nicht angeln. Gegen Aids, ja? Ja stimmt, ich hätte das Ding lieber drauf lassen sollen. Freunde, wir sind jetzt hier schon hinter der Bühne. Enrichment heizen gerade ein, gleich gehen wir auf den Bühne. Wir wünschen euch viel Spaß. Hier ist Marco, hier ist Markus, da ist Succhi und die anderen stehen schon unter der Bühne. Knütti wird euch auch letztes Jahr filmen. Also, viel Spaß! Zuhrabe! 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 Wie war's? Es war schweinegeil wie immer! Wie immer! Du schmeckst da wie eine Salzwette, Alter. Kann man schon mal machen, Alter. Hammer. Hammerhafengeil. Hammergeil, wie immer. Enorm halt. Es ist immer geil wie jeder sagt. Ja, wunderbar. Ich hab keine Stimme mehr. Nährgeil. Die waren Hammer, wie immer. Enorm mal richtig geil. Richtig. Das war, ja, enorm. Vor noch was. Enorm cool. Lieber Spreewald-Rock, wir sagen Dankeschön. Dankeschön. Das war wieder mal ein richtig geiles Jahr 2018. Wir hoffen, wir sehen uns 2020 wieder auf Spreewald. Und wiederbleiben. Like den Kanal. Die Dame und der Hulesson. 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 Die Dame und der Hulesson.